Der Typ ist weg. Welcher Typ? Der drinnen war. Oh fuck, da war dieser Schweine-Typ drin. Ah! Ey Bruder, spiel weiter. Ich bin raus. Okay. Ne. Ah ah. So, und damit einen wunderhübschesten, schönen... Wir haben jetzt einige richtig coole Games rausgesucht, Leute. Aber ein Problem haben wir, und da brauchen wir nachher eure Hilfe, und zwar brauchen wir eure Hilfe bei einem Horror-Game, liebe Leute. Ihr müsst uns helfen, ein Horror-Game auszusuchen, und ihr dürft uns dabei helfen, das Ganze auszusuchen. Ey, das war beim letzten Mal, war das schon so eine Behinderung. Aber es war geil. Ja, es hat Spaß gemacht, aber... Das war so gruselig. Wir sollten nochmal das Highlight mit dem Teddy zeigen, einmal kurz. Ohne Scheiß, wir sollten das einmal zeigen, für die Leute, die es nicht gesehen haben. Habe ich das als Highlight? Gab es einfach nicht ein YouTube-Video? Google mal nach, oder guck einfach in deinem YouTube-Video, ja. Ich glaube, du hast ein YouTube-Video auf diesem YouTube-Kanal von diesem Slowbox. Oh mein Gott, oh mein fucking Gott. Also meine... What the fuck? Boah! Oh mein Gott! Missgeburten! Oh, das hat Thomas Gruden angefangen, direkt. Du bist gefangen, mein Freund. Tyrus! Ich habe keine Effekte bei mir. Nein. Nein. Also... Alter, die Mutter sieht aber auch aus ohne Witz, ne? Was ist das für eine Mom, ey? Die sieht schon aus wie aus der Adam's Family, alter. Das ist nämlich Technik, die begeistert. Wir haben extra einen Field of View Plugin für VR. Ja. Ja, das ist halt super gut. Hat das Game einfach gerade noch keinen Ton? Also ich höre nichts. Doch, warte mal. Ein bisschen, hör mal. Schritte. Ja. Okay, passt so. Alles klar. Sind denn alle bereit? Ich glaube, alle sind bereiter und warten gespannter als du selber. Das kann sein. Jetzt die Frage, sind wir Polizisten oder sind wir ein Exorzist? Oder beides? Ich hoffe, ihr habt es bei euch zu Hause dunkel gemacht, Chat. Macht euer Licht aus. Ich hätte gern zwei Big Macs und ich hätte gern noch einen McFlurry. Was? Die Eismaschine ist kaputt? Okay. Schön. Oh Gott, Alter. Das ist ein Bild von deiner Frau. Die ist aber hässlich. Checklist. Okay. Du kannst da liegen bleiben. Ja, habe ich gemacht. So halte ich auch immer ein Bleistift. Ich auch. Oder ich glaube, du kannst weitergehen, ne? Das habe ich doch auch gerade runtergeschmissen. Ich glaube, du kannst da wieder rausgehen, jetzt ohne des Kreuzers. Ich glaube auch. Die Frage ist, will ich das? Ja. Oder. Ich finde das ein guter Punkt, um jetzt zu wechseln, Leute, oder? Ihr seht das auch so. Ja, super. Komm. Ich habe so Angst, Alter. Ich auch. Warum habe ich mich darauf eingelassen? Ich habe Angst! Guck mal an das Bild oben rechts. Guck mal an das Bild oben rechts. Da ist irgendwas passiert. Da steht was. Swine. Wir kriechen dir dieses Buch auf. Der obere Knopf da. Also auf dem linken Controller der obere Knopf. Und dann nochmal den Knopf drücken. Ne, warte mal. Nein, den Hintern und den Trigger drücken. Genau. Mit dem Priesterkreuz. Bruder! Ich hätte mich genauso erschreckt, ich schwöre, ich hätte mich genauso erschreckt, ohne wie es hundertprozentig, hundertprozentig, ich hätte mich genauso erschreckt, ich schwöre es euch. Dieses Spiel hat so eine unfassbar gute Grafik in dieser Brille, das sieht so fucking abgefuckt real aus. Ich fände das war bei Paranormal Activity aber auch echt mega krass. Ja, aber das ist schon eine andere Welt gerade. Echt? Das ist schon eine ganz andere Welt, Bruder. Wo kommt er, ich kann das nicht angucken, wo ist mein Spree? Der Typ ist weg. Welcher Typ? Der drin war. Ah fuck, da war dieser Schweine-Typ drin. Ah! Ey Bruder, ich spiel weiter, ich bin raus. Okay. Ne, ah ah. Ich spiel jetzt auf. Okay. Okay, okay, okay. Was ist jetzt passiert? Ich hab mich erschrocken, da gab's nen Ton. Okay, krass. I don't fucking know. Ich spiel das vielleicht, wenn ich weiß, was auf mich zukommt gleich. Ja. Aber... Ja, ist okay. Das ist einfach toll. Okay, cool. Das ist nicht witzig. Das ist Todesangst. Ja, das ist richtig. Das ist halt echt extrem insane. Wenn man das mal so erlebt hat, so... Geh mal, wenn du richtig Eier hast, Herr Paul. Wenn du so richtig Eier hast, dann gehst du zu dieser alten Statue-Tusse, die mich eben gerade weggeskert hat und guckst der mal ins Gesicht. Stell dich vor die und guck der ins Gesicht, Alter. Dann hast du fucking Eier. Okay. Das Ding ist auch, wir spielen das natürlich auch mit Brille wie Idioten, ne? Mit Headset, weißt du? Mit Headphones. Hörst du mich? Ja. Ich bin... Ich... Ne. Aber Cyrus hatte beim letzten Mal schon die Balls of Steel, Alter. Boah. Okay, ja, die sieht schon echt insane aus, so. Äh. Hat sich das Ding gerade bewegt? Boah, ich muss mein Getränk wegstellen. Ich schmeiß das sonst. Das... Die Dings hat sich bewegt. Hä? Das Ding soll eigentlich Licht machen. Ein echt zu schlimmen vor... Ja, es kommt dir halt vor wie die fucking Realität. Gerade, wenn die Grafik so gut ist vom Spiel. HAUGH! Figg doch deine Mutter! HAUGH! Alter. Komm zurück! Oh mein Gott, Alter, verpüßt ich dich. Komm, boxen, Junge! Komm nur her! Alter, hat der Eier, Leute. Hatte, du benutzt die Wife Pro für 1000 Euro und hast sie gerade hingeworfen. Bruder, das habe ich nicht gemacht, weil ich so gerne Technik schmeiße, sondern weil ich Panik hatte und mich zu Tode erschrocken habe. Da sitzen irgendwelche Typen. Okay, pass auf. Heil Satan. Klappt auch nicht. Sollen wir nochmal tauschen? Willst du? Ja, können wir machen. Ich glaube, ich habe den nötigen Mut gerade zusammen. Perfekt. Ich würde nochmal. Ja, das war super. Ich will hier nicht heute komplett Horror dodgen. Ach, Quatsch, nein, alles gut. Das Game ist ja auch wirklich krass, man muss es ja auch sagen. Ich meine, das ballert einfach. Also, und da sollte jeder Respekt vor haben. Ich räume erstmal auf. Das finde ich halt auch super scary, ne? Ja, ja, ja. Wenn das dir nicht mal gleich irgendwie so ein... Also, ich rechne halt damit, dass mich alles anjumpscairt immer. Ja, wenn du 10 Minuten durchhältst, habe ich rein, sagt dir jemand. Mit 20. Ja, guck mal. Also, das kommt immer wieder, das heißt, das hat ne Bedeutung. Irgendwas besonderes, ja. Können wir das vielleicht... Und das Licht mal halten oder so? Oder irgendwas draufkippen? Genau, Weihwasser. Weihwasser? Weihwasser mal draufkippen oder so. Wo? Haben wir hier drin Weihwasser? Ja, ja. Aber es kam auf jeden Fall... Ich rede mit dir, ich rede mit dir. Wer? Die. Ah! Oh shit. I see you, Detective, hat sie gesagt. Bruder, das ist irgendwie nicht meins heute, ey. Keine Ahnung, ich scheiß mir wirklich in die Hose. Das ist auch... Das Spiel ist auch brutal. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bruder, ich schwitze am ganzen Körper. Die ganzen Dings hier, es ist alles nass. Ja, klar. Ich bin am Zittern, ne? Das ist... Wahrscheinlich. Du hast gelitten, Bruder. Ich bin mit diesem Spray bewaffnet. Spatz! Alter, die Tür ist weg. Oh, 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 oh. Ich bin am Zittern. Ein Frosch? Du hast ihn getötet. Dunkel. Dunkel. Super dunkel. Ich bin in einer fucking Gummizelle. Oh Gott. Oh Gott. Fuck my life. Oh ist das brutal. Oh fuck. Du Arschloch! Der ist in den Wänden! Oh Gott. Feuer! Oh Gott, Alter. Tyrus, ihr müsst mal wechseln. Oh Bruder, ich zitter. Ich zitter im ganzen Körper. Ich versteh das. Ich musste so lachen, aber es war so witzig auch gleichzeitig. Es ist aber... Alter, es ist fucking viel, Mann. Ist das abgefahrener Scheiß, Alter? Ja. Aber das ist so. Abgefahrener Scheiß, Mann. Okay, ich mach mal die Handschlaufen lieber ran. Uiuiuiuiuiui. Das ist aber auch sick, Alter. Kannst du mir erzählen, was du willst. Aber diesmal habe ich nicht die Brille weggeschmissen. Nee. Naja, das hat eben seine Hand da durchgestreckt. Ja. Äh, Alter. Das ist bei der Rift auch surreal. Nicht ganz so stark, aber es ist trotzdem krass. Allgemein ist es halt krass. Das ist eine Wife-prone. Alter, hast du den schwarzen Rauch gesehen, Mann? Mhm. Und das ist die Neue mit Eye-Tracking. Super insane. Du Hundekopf. Boah, Alter. Leck doch meinen Arsch. Bastard, ey. Ich erschrecke mich hier mehr wie Cyrus. Balls of Steel. Nein, die scheißen mich auch gerade ein. Das andere rechts. Da. Ja, ganz viele Hände. Hey! Missgeburt. Die fassen dich an. Ich dodge die. Scheiß machen die. Da ist die Missgeburt wieder. Ja, aber von da kommen wir doch. Ich bringe dem erstmal Salz ins Gesicht. Das hat er richtig verdient. Ohne Witz, das kennt der schon. Das hat er richtig verdient. Er sieh sogar, hast du sieh. Kostack wieder eine Ladung Salz in deine Fuckface, du Arschloch. Ball, Alter. Da machst du gar nichts gegen! Siehst du das? Nimm mal das Kreuz in die Hand. Kreuz den mal an. Zumindest gefällt ihm das nicht. Ja. Bruder, ich schicke deinen Kopf, du Arschloch. Bruder, ich schicke deinen Kopf, du Arschloch. Guck mal, Alter, das ist der fucking Teufel. In dein Gesicht, du Wichser. Nimm mein Kreuz. Beschmeiß den mal mit Weihwasser. Und geh mal einen Schritt zurück mit dem Arm. Wegen dem, genau. Ah, der kommt nämlich gar nicht auf das Kreuz, klar. Bist du Hölle? Hölle! Ja, ich glaub Hölle ist das richtige Strichwort. Der ist aber irgendwie anders krass. Alter, fick doch deinen Kopf. Alter, ich glaube der ist äh, durch das Kreuz gestorben. Alter, guck mal, wie krass realistisch diese Motten aussehen Happy End Boah, alter Schwede, ey So ein Hundekopf Ah, ich hab jetzt mal alles draufgeworfen, was ich hatte, ey Ich lauf nur noch mit dem Kreuz durch die Wohnung Besser ist, ey, besser ist Oh Gott, alter Das war Chapter 2, man Das war Chapter 2, wir haben ein Package gekriegt Das war's für heute, wir haben ein Package gekriegt Das war's für heute, wir haben ein Package gekriegt Das war's für heute, mein Hundekopf Also, wir können ihm ins Leipzig Und ich bin im 50 Ad glance Vielen Dank.